Hallo zusammen, ich möchte heute für euch den Dance Tonight aufnehmen. Ein schöner 32 Gramm Tanz mit vier Wänden und einem Re-Start in der achten Runde. Zusammen. Und Seite schließen, Schafel, Boden. Seite schließen, Schafel, Boden. Rock, Step, Halb, Halb, Mambo, Red. Step, Block, Step. Rock, Step, Coaster, Step, Step. Vierte Cross und Cross, Side, Rock, Behind Side, Cross, Side, Rock. Zähla, Jump nach halbem Ring. Das war's schon, nochmal gezählen. Und 1, 2, 3 und 4, 5, 6, 7 und 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8. 1, 2, 3 und 4, 5, 6, 7 und 8. Wir haben einen Re-Start in der achten Runde nach 16 Gramm. Mal zusammen, das wird hin. Und Seite schließen, Schafel vor. Seite schließen, Schafel vor. Rock, Step. Halb, halb. Mambo, Red. Step, Block, Step. Hier wird es von vorne losgehen. Wir probieren es zusammen mit Musik. Ich wünsche euch wie immer ganz viel Spaß. 5, 6, 7 und 8. If you have all day, you should winden down. Girl, I'm on my way, we gotta go downtown. If you wanna play your records, I know your favorite songs. Break down the alternate and turn it on. If you wanna dance tonight, I ain't the best, my baby. I can try. Try some candles, write the, write the, write a, write a cool. Musik 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 Musik